Vielen Dank. Jetzt kannst du wenigstens machen gerade. Kommt weh an und wir sind nachher. Marc, willst du uns noch was sagen? Nein. Ist dir kalt, Marc? Nein. Du hast zwei Kilometer Lauf. Jetzt sind wir doch irgendwie hoch. Wack, 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 wack. Wie so ein Tempien reinlaufen. Komm noch mal! Du kannst dich! Ja, komm Marc! Du hast keine Klamotten mehr. Marc, noch ein abschließendes Wort?